Die junge Weimarer Republik war alles andere als ein stabiles Staatswesen. Immer wieder gab es Unruhen im Inneren und das eine oder andere Mal wurde auch versucht, das Staatswesen zu stürzen, einen Umsturz durchzuführen. Und einer dieser Umsturzversuche ist der sogenannte Kap-Lütwitz-Putsch, der sich im März 1920 ereignet hat. Und mit diesem Kap-Lütwitz-Putsch wollen wir uns in diesem Podcast mal genauer auseinandersetzen. Blicken wir zunächst einmal auf die Vorgeschichte. Und da spielt der Versailler-Vertrag eine wichtige Rolle. Denn der Versailler-Vertrag regelte auch die Größe der deutschen Armee. Und zwar sollten maximal 100.000 Soldaten der Reichswehr angehören. Tja, die Weimarer Republik hatte damit ein Problem. Denn im Sommer 1919 gab es noch rund 300.000 Soldaten in der Reichswehr. Also dreimal so viel, als durch den Versailler-Vertrag vorgesehen waren. Und demzufolge war klar, was kommen musste. Und zwar Truppenauflösungen. Es mussten Soldaten entlassen werden. Und da ist auch klar, dass das ja nicht gerade zu Freudensprüngen geführt hat bei den Soldaten, sondern dass mehr Unmut auch geschürt hat gegenüber der Republik selbst. In der Armee selbst gab es einige Freikorpssoldaten. Das sage ich mal an dieser Stelle, weil gleich eine bestimmte Freikorps-Truppe auch von Bedeutung sein wird. In diesen Freikorps-Truppen organisierten sich ehemalige Frontsoldaten freiwillig. Und sie wurden auch tatsächlich von der Regierung eingesetzt, um damit linke Aufstände niederzuschlagen. Eine bedeutende Freikorps-Truppe, beziehungsweise die bedeutende Freikorps-Truppe für den Kap Lütwitz-Putsch ist die Marinebrigade von Hermann Erhardt. Am 22. Februar 1920 erteilte der Reichswehrminister Gustav Noske von der MSPD den Befehl, dass diese Marinebrigade aufgelöst werden solle. Und es gab jetzt einen General, der sich dagegen vor allen Dingen stellte, der etwas dagegen hatte. Das war General Walter von Lütwitz. Dieser General Walter von Lütwitz, der hatte sich in der Zwischenzeit schon einen Namen gemacht. Das war kein unbeschriebenes Blatt, denn er war der General, unter dem der Januaraufstand 1919, beziehungsweise der Spartakusaufstand 1919 niedergeschlagen worden ist. Und dieser General Walter von Lütwitz, der hatte jetzt etwas gegen die Auflösung der Marinebrigade Erhardt, die er nämlich sehr schätzte. Es kam zu einem Gespräch am 10. März mit Reichspräsident Ebert von der MSPD und dem Reichswehrminister Noske, den ich ja eben schon erwähnt habe. Und da gab es ein paar Forderungen, die Lütwitz genannt hatte. Und zwar sollen doch die Truppenauflösungen beendet werden. Es solle eine Reichstagswahl stattfinden, denn bis dato gab es ja nur die Nationalversammlung, die als Parlament fungierte, und es sollte doch eine Reichspräsidentenwahl durchgeführt werden. Friedrich Ebert wurde ja tatsächlich Reichspräsident, ohne vom Volk dazu gewählt worden zu sein, sondern er wurde von der Nationalversammlung dazu bestimmt. Man kann sich vorstellen, dass diese Forderungen auf wenig Gegenliebe gestoßen sind bei Ebert und Noske. Beide forderten Lütwitz auf, den Rücktritt zu erklären. Lütwitz weigerte sich, dieser Forderung nachzukommen, und so wurde er einen Tag später beurlaubt. Ja, Lütwitz knüpfte dann Kontakte zu Wolfgang Kapp, einem Generallandschaftsdirektor, der Vorstandsmitglied in der DNVP war und antirepublikanisch gesinnt war. Und beide Männer taten sich dann zusammen, und so kam es dann zum sogenannten Kapp-Lütwitz-Putsch. Der begann am 13. März 1920. Unter Führung von Lütwitz marschierte diese Brigade Erhard in Berlin ein. Sie übernahm die Kontrolle über das Regierungsviertel. Und das lag auch daran, weil die Reichswehr keine Anstalten machte, das Regierungsviertel zu verteidigen. Generaloberst Hans von Seegt hatte kein Interesse gezeigt, dass die Reichswehr für die Verteidigung der Republik eingesetzt werden solle. Überliefert ist ja der berühmte Satz, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Es gibt keinen Quellenbeleg, dass er dieses Zitat wirklich wortwörtlich so gesagt hat, aber er hat zumindest so gehandelt, wie es dieses Zitat meint. Nun, Reichspräsident Ebert, Reichskanzler Gustav Bauer von der MSPD und fast alle Minister sind rechtzeitig aus Berlin geflohen. Allerdings sind nicht alle Minister geflohen. Vizekanzler und Justizminister Eugen Schiffer von der DDP war zum Beispiel in Berlin geblieben und hatte später Verhandlungen geführt, dazu später mehr. Die Putschisten, die also jetzt die Kontrolle über das Regierungsviertel hatten, die hatten dann Kapp zum Reichskanzler gemacht oder er hat sich selbst zum Reichskanzler gemacht, wie auch immer. Aber Kapp war dann Reichskanzler und Lütwitz wurde Reichswehrminister und Oberbefehlshaber über die Reichswehr. Jetzt gibt es aber zwei Dinge, die zum Misslingen des Putsches geführt haben. Und je nachdem, wo man schaut und wo man recherchiert, findet man eine andere Beurteilung, was denn jetzt der Hauptgrund sei, warum der Putsch gescheitert sei. Es gibt nämlich einmal den Generalstreik und dann aber auch die Verweigerung des Gehorsams durch Beamte in Berlin. Dazu aber gleich mehr fangen wir mit dem Generalstreik an. Die Gewerkschaften und die MSPD befürworteten nämlich einen Generalstreik und so kam es zur Lahmlebigung des öffentlichen Lebens. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern in großen Teilen der Weimarer Republik. Es gab keine Postzustellungen mehr, Eisenbahnen fuhren nicht mehr, Busse fuhren nicht mehr. Und in Berlin selbst war es auch so, dass zum Beispiel die Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Die wurde einfach nicht mehr fortgeführt. Also es gab eben keine Wasserversorgung mehr in Berlin. Also das ist die eine Facette, es gab diesen Generalstreik. Und dann gab es eben auch die Beamten in Berlin, die es verweigert haben, Befehle der Putschisten oder von Kapp selbst, der ja auch Putschist war, umzusetzen. Ja, und so konnte der Putschversuch nicht gelingen. Die Putschisten selbst waren auch sehr uneinig gewesen. Und sie waren auch ziemlich unvorbereitet gewesen. Es gab zum Beispiel keine Ministerliste, die angefertigt worden ist. Also ja, das alles hat nicht zum Gelingen des Putsches beigetragen. Sagen wir das mal so. Kapp selbst floh dann am 17. März nach Schweden. Lütwitz wurde daraufhin Militärdiktator und versuchte, den Putsch noch etwas weiterzuführen. Und er führte dann Verhandlungen, unter anderem mit diesem Eugen Schiffer, diesem Vizekanzler und Justizminister, den ich genannt habe. Und als man ihm nahegebracht hatte, dem Lütwitz, dass man sich für die Amnestie einsetzen werde, da hat dann auch Lütwitz irgendwann seinen Rücktritt erklärt als Militärdiktator. Und somit war der Putsch dann auch endgültig zusammengebrochen. Und es ist wohl auch so, dass Lütwitz selbst innerhalb seiner Truppen an Rückhalt verloren hatte. Also es war keine schlechte Idee, zur rechten Zeit dann auch zurückzutreten und mit der Amnestie wohl davon zu kommen. Denn tatsächlich wurde Lütwitz nie verurteilt für diesen Putschversuch. Auch Kapp selbst wurde nie verurteilt. Er hatte sich ja dann später gestellt. Er kam aus Schweden zurück. Allerdings ist er vor Beginn des Prozesses am 12. Juni 1922 gestorben. Und Hermann Erhard, der Namensgeber der Marinebrigade war, der sie auch gegründet hatte, der hat in München dann die Organisation Konsul gegründet. Und ja, da waren auch einige ehemalige Frontsoldaten gewesen. Und die haben dann in den Folgejahren Attentate verübt auf einige Politiker. Dazu aber in einem anderen Podcast mehr. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, auf die ich kurz eingehen möchte. Dieser Generalstreik, der hatte zur Folge, dass in Sachsen-Thüringen und im Ruhrgebiet linke Aufstände durchgeführt worden sind. Also es kam zu linken Aufständen in Sachsen-Thüringen und im Ruhrgebiet. Die wurden dann mit Hilfe von Freikorps-Truppen niedergeschlagen. Und am 26. März 1920, als Folge des Kapp-Lütwitz-Putsches, kam dann auch die Regierung von Gustav Bauer an ein Ende. Bauer ist zurückgetreten und nachfolge wurde Hermann Müller von der MSPD. Dessen Regierung hielt nicht so lange, denn 1920 gab es auch die erste Reichstagswahl. Und infolgedessen zog sich dann die MSPD aus der Regierung zurück. Und es wurde eine Regierung ohne MSPD gebildet und mit einem anderen Kanzler. Das ist aber eine andere Geschichte. Für heute sind wir am Ende angekommen und so setze ich hier einen Punkt.